Bei Bares für Rares sorgt eine Expertise für Schnappatmung bei der Kandidatin. Horst Lichter muss eingreifen. Am Dienstagnachmittag, 13. Februar, wird es bei Bares für Rares ganz schön emotional. Eine Kandidatin erlebt am Experten-Tresen von Wendela Hortz ihr blaues Wunder. Mit so viel Geld für ihren Ring hätte Heide Kempken niemals gerechnet. Die Verkäuferin wird plötzlich von ihren Gefühlen übermannt. Moderator Horst Lichter ist sofort zur Stelle. Bares für Rares – Ring bringt Geldregen Immer wieder kommt es vor, dass die Kandidaten von Bares für Rares bei der Expertise überrascht werden. Höhere Schätzpreise oder Alter haben schon für den ein oder anderen Freudentanz im Pullheimer Walzwerk gesorgt. So auch bei Heide Kempken, die mit einem dicken Klunker angereist ist. Der Ring gibt schon optisch einiges her. Schmuckexpertin Wendela Hortz ist sofort verliebt und beginnt zu schwärmen. Der Saphir auf dem Ring ist in einem herausragenden Zustand. Das ist eine besonders schöne Ausführung, wie ich finde, so die Fachfrau. Kandidatin Heide Kempken möchte für das Prachtexemplar lediglich 400 Euro haben. Eine deutliche Fehleinschätzung, wie sich weniger später herausstellen soll. Bares für Rares – Expertise in Preis sorgt für Schnappatmung. Wendela Hortz taxiert den Ring der Verkäuferin auf stolze 2000 Euro. Ein Wert, der die 63-Jährige ordentlich aus den Latschen haut. Erschrocken schreit sie auf, hält sich an dem Tresen fest und taumelt hin und her. Anschließend hält sie sich strahlend die Hand auf den Brustkorb und kann kaum sprechen. Wahnsinn! Einfach Wahnsinn! Sagt sie immer wieder. Schließlich ergreift Moderator Horst Lichter die Chance und nimmt die Verkäuferin erstmal in den Arm. Doch sind die Händler genauso begeistert, wie die drei in der Expertenhalle? Kurz gesagt. Ja, nach einem spannenden Bietergefecht kann sich Elke Felten-Tönnies den Ring sichern und blättert insgesamt 3800 Euro dafür hin. Was ein Geschäft! Schöne! 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 Schöne!